Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Danke Video auf meinem Channel und zwar für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe jetzt 50 Abonnenten, inzwischen 51, aber egal. Und das freut mich ungemein, da kann ich immer nur wieder staunen drüber, weil ich hätte eigentlich wie schon im 30 Abonnenten Dankes Video, glaube ich, gesagt hätte, hätte eigentlich so mit 20 am Anfang gerechnet, hatte ich natürlich auch. Und so halt, ja, hast ein paar Zuschauer, wenigstens ein paar dir dazu gucken und 50 Abonnenten ist da schon, ne, und so. Richtig cool von euch. Und ja, wollte ich einfach mal Danke sagen und ich hoffe, ihr bleibt dabei und schaut weiter hinzu und so. Und was da noch wäre, ja, Abo-Special hat mich ein Zuschauer angefragt, aber naja, was willst du mit 50 Abonnenten für ein Abo-Special machen? Das bringt in meinen Augen nicht wirklich viel, aber naja. Und, äh, was war da noch so? Ja, genau, ähm, es lohnt sich halt erst so, für mich ab 100 Abonnenten würde ich das machen. Falls trotzdem irgendwas kommen soll, ich, äh, will ja jetzt nicht irgendwie was ausschlagen. Falls ihr irgendwas sehen wollt, äh, könnt ihr das in die Kommentare schreiben, wenn nicht, könnt das auch sein lassen. Ist eigentlich ziemlich, äh, an euch gerichtet und, äh, ansonsten, äh, zur Zeit kommen nicht so viele Videos von mir, da ich immer noch bei der netten, tollen Telekom bin, die mir immer noch so tolles Internet zur Verfügung stellt. Ach ja, Telekom, FDW, aber egal. Ähm, wie gesagt, äh, am Ende des Monats werde ich wahrscheinlich dann wegwechseln und ich hoffe, dass ich dann jeden Tag oder jedenfalls, ja, doch jeden Tag was hochladen kann. Und, ja, das, äh, war's eigentlich auch schon. Und, ähm, ja, hoffe ihr bleibt dabei und, wie gesagt, 50-Abo-Special, falls ich, na, okay, Special, wenn ich einfach ein Video irgendwie dazu machen soll, was ihr euch wünscht, dann könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Was hab ich denn für Versprecher, meine Güte. Könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn nicht, lasst es sein. Aber egal, äh, das würde ich sagen, das war's und ciao, bis zum nächsten Video. Haut rein und, äh, schaltet wieder ein.